Ich hab's gesagt. Achtung Invade! Oder doch nicht. Puts, Mann! Ähm, Mads? Ja, du kannst Calls machen. Hauptsache, hauptsache... Also, ihr könnt alles dafür tun, dass ich nicht invaded bin. Okay. Die kommt nochmal, die kommt nochmal. Oh, nein. Oh, nice. Nice, nice, nice. Nice. Was ist das? Und ab jetzt müsst ihr in jedem Satz, den ihr redet, ein Englisches Wort einbauen. Alter, das ist so crazy, crazy. Nein, nein, nein. Nein, das ist doof. Ich weiss nicht, ob ich W oder Esel steht. Ich hoffe, wir werden ein Gmuscht auf die Portelei. Gmuscht, Englisch? Sicher? Nein. Doch, das ist irgendwie... Das kommt vom Aschen. Jetzt helft ihr mir. Ein Hard-Pull gerne. Ich sage euch, ich werde aufhören. Danke aufhören. Ui! Das ist wirklich knapp geworden. Und jetzt ist das ein Hard-Pull-Full-Nex. Ja, du hast das ein Hard-Pull-Full-Nex. Äh... TF, bitte, hier in Work-A-Sitzen. Klaro! Und dann? Kannst du das für mal ein Deck schauen? Ja, aber... Ich bin Double-Nex schon fast tot, weil ich nicht eine Skill dodge kann. Das ist natürlich doof. Alter, Casio ist doch... Wreckig. Oh, obwohl. Wir haben uns etwa gleich gespielt. So. Ich komme mit. Ich komme mit. Jetzt stossen. Flash auch. It's life. It's game. Weisst? Äh... Wenn du kannst einen Stun landen, dann komm rein. Ich bin schnell. Okay. Okay. Ich gehe. Du hast sie, oder? Ja, ja. Du hast sie, oder? Ja, ja. Nein! 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 Ohne Crap Blitzkrankeg. Jetzt! What? Scheisse, jetzt ist der Warte wieder ausgelaufen, hätte man jetzt einen Scheissdreck gebracht. Hey, du hast es mir gesagt. Du sagst, ich mache. Scheisse, das schaffe ich nicht. Gut, ich habe noch irgendwann ein Shield. Yes. Ah, Shield OP. Yes! Shield, verdammte OP. Also jetzt, eigentlich... Botlane sollte langsam einen Kill machen. Jetzt... Lieber nächst du mal voll, voll rein, he? Jedes Mal, wenn ich... Äh, aber auf Dwayne. Wenn du gewusst bist, kannst du eigentlich einen Kill abholen. Ja. Mit einer Flash. Also in den nächsten 200 Sekunden kannst du sicher noch mal zwei Kills abholen, wenn du willst. Okay, ich mag es. Schöner TP übrigens. Okay. TP, meine ich... Jetzt geht es, wenn ich es hinten nicht habe. TP, meine ich... Kennst du den nicht? Was hast du gewartet? Du gehst als erstes Sunfire übrigens. Bin ich schon dran. Ich hätte es ja wieder so gemacht. Jetzt hätte ich es ja wieder so gemacht. Soll ich jetzt gerade ganken sonst? Wenn du willst. Die gewarded jetzt vielleicht. Die hat jetzt gerade gewarded. Ja, die hast du. Du, 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 du... Pst... Halbhaft! Halt! Hast du noch eine genommen? Die will gar nicht fighten. Los. ALTE! Los! Komm, spring! Nice! Hast du ihn doch pe! Oh man, get racked. Aber hast du gesehen, wie viel Schande er mir gemacht hat? Ja. Toplane ist Lane-Brush-Brush-Wordet. Tatja. Musst du ja, was soll ich Labeln jetzt? Ich kann, ich kann... Red Q. Ah fuck, ich habe keine Mana. Du musst aber hinten durchgehen, beim Red durchgehen. Ja, weisst du, ich habe Ulti. Ah. Er muss gar nicht gehen, er fliegt. Oder er teleportiert, das ist ein TP-Main. Für den TP-Main. Der hat kein... Mann... Oh, das habe ich jetzt gesehen. Oh, GG! Botlane hat einen Kill gemacht. Nice. Ja, jetzt wäre noch ein 2. Gell, 5 Minuten 40. Ja, Alter, Mitty sind schon 3 Kills gefallen. Also, jetzt geht... Ey, Botlane geht jetzt back nach einem Trick. Ich komme jetzt... Darf ich noch meine Dinge einsammeln? Ja, ja. Der kann nichts mehr machen. Ja, ich weiss. Also... Ich komme. Da ist der Ding. Ja. Ist jemand bei mir? Nice. Ja, in der Nähe bin ich. Ey, ich habe weh gedrückt! Ah, es hat durchs Weh durchgemacht. Oh fuck. Ich komme, ich komme. Ich komme von oben. Achtung, Achtung, nein, nein, nein. Lieber nicht. Das ist eine grosse Mini-Wave. Ich komme jetzt gleich. Fuck. Kassio habe ich. Kassio habe ich sicher. Oh. Alter, ich bin mega Squishy. Yahoo! Hey, aber... Kassio habe ich keine Mana. Ja. Der Chex ist abartig stark. Sehr schön gewesen. Nice! Ah, shit. Sehr schön. Haben Sie die auch noch? Ja, ich habe keine Mana. Ja, aber weisst du, sie kann abhängen... Oh, der Heil ist glaube ich ein bisschen zu spart gekommen. Jetzt wird sie dann einfach gefressen. Ja, ist gut, gehen wir weg. Ja. Ich habe noch den Pop gemacht. So. Also, jetzt Back und nachher Drake. Also, jetzt Back und nachher Drake. Ah, zwei. Nein, Drake. Das ist zu risky. Nein, nicht Drake. Ach, meinst später. Hat Kassio ja auch Flash gehabt? Irgendwann. Nein, ich glaube nicht. Ich habe Ult, ja. Ich glaube, sie ist jetzt wieder ab. Ich habe Ult, ja. Schau. Gehen wir Sneaky zum Drake hinten? Sie sind von Botlane. Lassen wir die. Äh, es... Wieso habe ich die ganze Zeit dann angezeigt, dass ich ein Schild hätte? Wie bug ist denn das? Hört ihr das bei mir auch? Blitzcranks Wannerbarriere wird geladen. Was? Und dann hat man immer Schild oder was? Ui! Okay, das meinst du? Siehst du es aber auch, oder? Ja, ja. Ich komme Botlane. Jaaaas! Sehr schön, sehr guter Gang. Ich bin ja. Jaaas. Jake, Jake, Madrike. Ich habe Ich hatte keine Hilfe mehr. Ich bin erst Level 4. Nein, sie macht meinen Pink Wall kaputt. Leute, was machen wir dagegen? Ich kann nicht ewig tanken. Aber es wird wahrscheinlich lange. Wow, GG. Ich bin eben auch so ein Genre, der CC hat. Egal, Krabbe relativ einfach. Das hört einfach nie um. Doppeln, kein Ulti mehr und kein Mana mehr. Ja, ich kann nicht kommen, aber der ist der Garlogard. Das beruft sich doch ausgezeichnet. Ah, fuck. Falsch, ich war. Oh, fuck. Ich bin lieber nicht. Noch mal einen. Aber die Ulti... Mit die Defi? Autsch. Ich hatte die Ulti und die Hippie auch, aber... Die Ulti... Also ich muss mal zurückporten. Ich habe noch 10 Sekunden. Bart, lauf bitte mal da rüber und schaue, ob sie... Was das hat gelangt? Ja, das macht super viel Damage. Ja, hab ich mir gedacht. Da ist Casio. Ja, 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 ja. Sie haben es pinged. Bart, setz mal hinten. Ich tippe gleich auf dich. Ja, ja, er hat ja schon den Kill. GG, Mann. GG. So läuft das bei uns. So läuft es im Mauerland. Der wird sich auch fragen, was ich da mache. Ich habe keine Ahnung. Hänge. Hänge du. Hänge du. Mit die SS. Du, die wollen mich da ein wenig. Ja. Hänge du auch. Mach bitte einen Double Kill auf der Botlane. Ah, ich hätte... Einen Strike. Das ist immer noch nicht der, der Strikes vertellt. Das ist jetzt ein Strike für dich. Mann. Ey, das Schild, das irritiert mich so dermassen. Typisch absetzen wir mal einen D-Board Botlane. Ja, das geht so einfach. Ich komme mit in die Gange. Ja, wenn er könnte. Oh, oh, da ist ein Jacks. Ah, okay. Aber er hat mich nicht gesehen durch das Auge auf. Sie wissen nicht, dass ich da bin. Wie viel Leben hat noch Wayne? Ah. Du... Du sie ein wenig lauen. Da, da, da. Ja. Was? Das geht! Nein, nein. Nein. Oh. Wenn ich Ulti hatte, hätte ich mich untargetable machen können. Ja, voll. Aber dann habe ich leider... Du kannst keine Mana. Ja, ja, ja. Die killen wir, die killen wir. Schau. Ja, ja. Die haben wir gekillt. Toplane hat keinen Tipp. Ich habe keinen Tipp mehr. Okay, das habe ich nicht gewusst, dass der Jacks meinen Stun blockt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. LOL! LOL! Ich wollte schon mal den Jump wieder verwitschen. Ja, oh. Das ist schon der Ding! Der gehtt am. Actually, der impressedmaklar. Neut. No Avec neut. LoL! Der level-up! Nein! Gefressen wären! Nein, er wäre am letzten Tal schon gestorben, wir Entdeckt haben. Ich habe ihn nicht bekommen. Nice. Komm Steven. Ich bin auch unterwegs. Was? Das war neben dran?! LOL! Wieso hat dich das jetzt aufgerührt? Auf den Tam, Mädels. Jetzt ein Stun und dann während dem Kille. Wie? Sehr schön, da ist noch einer. Ich kann ihn holen. Loll, der Flash. Ah, da kommt auch der Geist. Loll, der Ghosties. Doppelt Ghosties. Herzig, wie er es versucht hat. Achtung, er macht verdammt. Holy fuck. HOLY! I racked. Danke, Langet. Deine Top musst du däffen, um zu legen. Das geht schon. Ah, Ulti wieder ab. Ja, dann wärst du nicht verloren. Aber, äh, ich dachte, es kommt ein bisschen hemmen. Ja, sie hat doch keinen hemmen gehen. Ja, ich dachte, sie macht Ulti. Alter, ich habe... Ich habe sehr viel Farmfreude. Was hast du? Was hast du? Mega viel Farm verloren. Ja, ich bin auch ein bisschen behindert. Aber es ist einfach zu... Too much action. Aber ich... ich weiss nicht. Ich gehöre ein wenig zu wenig Calls. Ja, ich habe jetzt auch... Also in einer Minute ist... Ja, Achtung, jetzt kommt es weg, weg, weg. Der Jacks kommt. Ja, mhm. Stun, Double Stun bitte. Ja, mhm. Jacks stunner. Jetzt killen Dwayne bitte. Probieren Dwayne zu killen. Das ist nicht... Herr Bottlen, los, geh rein! Los, 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 los! Nein, geh raus! Ah, schade. Ich bin auch nicht der Schockholer. Ihr müsst nicht auf mich hören. Also, äh... Duplen ist innen gepuscht. Das ist sehr gut. Ja, komm! Lutschen meine Nüsse! Nein. Und jetzt wird er geflossen. Also. Ah. Oh, ein stirbt. Ah, der hat sich auf den. Nice. Ich bin auch auf dem Unterwegs. Ich bin auch auf dem Unterwegs. Auf dem Unterwegs, ja. Ich bin auch auf dem Unterwegs. Ich bin auch auf dem Unterwegs. Nein! Gut, dann killt ihr auch noch. Und du. Nein! Damage! Äh... Ihr bleibt gerade da. Und macht den. Nein, geh mal. Sings. Er hat Zeit für den... Hallo! Da siehst! Da siehst! Da siehst! Das macht doch keinen Sinn! Das ist ein Strike. Das ist ein Strike. Das ist ein Strike. Ja, das ist wirklich dumm, Alter. Was machst du für Draco? Nein, das ist ein Strike für dich, Simon. Ich habe auch gesehen, ja. Nein, er hat es ja jetzt gemacht. Er ist es ja am machen, jetzt. So dämlich. Alter, der Call ist egal! Scheiss egal! Ah, you're lame. Jetzt kannst du den Tower jetzt... Der Tower können wir jetzt wiederholen. Wir können den Drake wiederholen. Und jetzt kann ich ihn outen. Und jetzt kommen wir da. Ja. Oh Mann, die Minions! Fucking wrecked! Oh, schön. Lel, Rap-Avp. Die Lel, Rap-Avp. As long as it takes. As long as it takes! Ahh, der Vieh-Blue. Nein. Ah, da ist ein Sein. Sein, Sein, Sein! Wann permanent zu lowe? Lauf, lauf, lauf. Kommen. Ah, fuck, wer ist anstattet? Wo wagen permanent zu lowe? LOL! Ich glaube die Bottlin brücke ich. Die hat's verwischt, was? Ja, aber sie sind ja pushed. Ich hätte Wayne können killen, wenn... Aber mich hat's nicht verwischt, hallo? 10 Sekunden hat die Ulti. Wir sind ja jetzt nicht 10 Sekunden geworden. Saugover. So, ich brauche jetzt einfach noch ein bisschen Gold. Nope. Ja, ist mir doch scheisse egal ob ich dich bekommen habe. Jetzt hast du Ulti nicht zum fighten und noob. Ah, fuck. Jax ist mit dir. Und Tom, kennst du auch. SS. Wo ist SS? SS. Wir brauchen mal Wards. Nils, gib mal Cola. Wo muss gewardet werden? Oh, unser jungler muss gewardet werden. Oh. Strike für den Nils. Wtf. Er gibt sich... Schau, jetzt machen es Harrods. Unser jungler hat keine Pressure. Ich wäre für eine neue Wahl. Herald. Wer ist alles für den... Ja, was kann ich dafür, wenn Botlin verliert? Ja, was machst du? So können wir nirgends Pressure haben. Ja, was machst du? Wow. Also, wer hat den Harrods genommen von ihnen? Jacks. Jacks. Wow, wirklich? Ja, das hat einen ja verdammt viel gebracht. Achtung! Geistli sind unterwegs auf Casio. Auf Casio. Auf Casio Mädels. Auf Casio. Auf Casio. Ja, ich bin unterwegs. Einmal. Ja, sie gehen einfach auf mich. Was ist das? Ich bleibe jetzt auch nicht schnell. Ja, und sie gehen auf den Tank. Das war sehr, sehr schlecht. Ich gehe jetzt auf Casio, wie es mir gesagt worden ist. Ja, das ist zu spät gewesen. Also, Carlo, ich weiss auch nicht. Ja, das ist zu spät gewesen. Also, Carlo, ich weiss auch nicht. Das hätte ja eigentlich Strikes für dich. Die anderen sollen geben. Mein Call war richtig. Ja. Mäh. Das ist einfach nicht ausgeführt worden. Mäh. Nice. Nicht nice. Der Scheiss. Tom, kennst du? Wieso ist eigentlich Tom, kennst du nicht gebannt? Weil ich einen versammelt habe. Das müsste ihn striken. Ja, das ist ein Arsch. Das haben wir ja noch nicht gemacht. Alter. Das ist doch ridiculous. So ganz geil, Alter. Könnten wir bitte aufgeben. Der Schakal bringt nichts. Ist alles seine Schuld. Ja, wenn man die Verantwortung nehmen möchte, muss man sie ertragen. Ja, ist okay. Nein, oder? Weisst du, nachher hat er sogar den Ban versammelt. Den Ban, der uns jetzt zerstört. Also. Jetzt flamen ihr alle im Chat. Bitte die anderen. Yeah. Danke. Einfach flamen! Was? 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 Also, am Simi sind die Flames gefallen mir am meisten. Da burensohn. Da burensohn. Da burensohn. Auf sieh. Du möchtest auf der Fall schauen. Auf, auf, auf! Die muschen wir jetzt, die zwei. Sehr gut. Nice. Nice! Von dem einfach wegrennen. Hey wegrennen, nicht mehr angreifen. So, jetzt muschen wir den Stack, äh den Jacks. Und los! Oh oh oh! Casio! Casio! Oh, der Damage! Wow! Lol, wo ist denn die runter? Okay. It's retreat medals. Retreat. So, retreat medals. Okay, retreat! Dwayne, auf Dwayne nicht, auf Dwayne nicht. Fuck! Oh fuck. Ja, was? Ich, ich call Hacks. Okay, jetzt, jetzt auf Dwayne, auf Dwayne, auf Dwayne, auf Dwayne. Geh rein, geh rein! Geh rein! Weg, 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 weg. Okay, jetzt wieder drauf. Auf den Tham zuerst, auf den Tham. Auf den Tham. Achtung, wer protected the carry. Und jetzt auf den Sion. Nice. Sehr schönes Portal gewesen. Der Jacks könnte jetzt gleich irgendwann wieder kommen. Wir sind schon so lange empfangen. Sehr schön, Mädels. Sehr schön. Eigentlich sollten wir jetzt trade gehen. Ja, trade. Aber wir sind slow. Ich kann wieder rein holten. Oder ich gehe top. Was muss ich machen? Äh. Äh. Du gehst top, du gehst top. Du gehst top. Jetzt schaffen wir. Oh, Jacks. Okay, jetzt auf den Jacks, auf den Jacks. Sie ist nicht mehr da. Sehr schön, einfach auf den Jacks. Halt, was der für Damage macht! Ja, Rage. Ja! Geht's reingang. Ja, die picken halt OP-Shit. Wir machen da Fun-Shit. Okay, auf Dwayne. Ich grab sie jetzt dann. Wir brauchen das Red Trinket. Auf Dwayne! Warte, da. Wollte. Okay, Bart kommt ins Dwayne. Bart, bitte Red Trinket. Alter! Was ist das für ein Dreck? Ganz ehrlich. Pump-Pinch ist doch einfach OP. Oh, der auf den Boden drin. Fressen wir doch einfach den, den wir killen wollen. Fressen wir doch. We-tar. Re-tar-d-alert. Wollen wir jetzt alle retard schreiben? Nein. Okay. Es hat etwa 500 Boots, oder? Du hast ja eine demokratische Abstimmung anfordert. Nein. Alter, der Tower war fast dauernd. Alkohol-Hacks. Darf ich jetzt blühen? Ja, fast schnell. Aha! Darf ich blühen? Nein. Brun? Nein. Wirklich... Ah. Oh, ich will es noch am Brunnen machen. Ah! Okay, alle zu... Okay. Oh, fuck. Das ja kommt von da. Alter, was slow... Alter, der Dwayne... Da durch, da durch. Wieso... hat Dwayne mich so slow? Klinge des Gestützten. Nein, 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 nein. Alter! LOL! Alter, die nehmen echt noch mal OP-Shit. Mhm. Das eine finde ich jetzt nicht so OP. Nein, das meine ich auch nicht. Ich meine... Okay, jetzt schreiben alle in den Chat, let's pick OP-Shit, aber noch nicht absenden. Okay, bereit. Sind wir bereit? Ja, ja. 3, 2, 1, go. Ja. Auf welchen? Ja, auf die Kasse ist immer gut. Nein, du hättest lieber den Thumb... ...gefreezed. Bro. Oh, ein Portal. Gefallen mir nicht mehr. Dwayne! Achtung, da oben kommt der Jax. Oh, LOL! Ah! Da kommen noch andere Böse. ... ... ... Achtung, der killt dich da, äh, Steven. Nice! Mit dir dürfen! So, ähm, jetzt... Ja, es gibt nichts zu machen, ist ja nichts open! Jetzt gewinnen wir Mädels. Easy, nice call. Oh, Phantomdance sieht super geil aus. Mhm. So, wir müssen Jax fokussen, dann macht er deutlich am meisten Damage. Ja, Dwayne. Ja, Dwayne wird sich nicht, äh... Ich meine, wenn der Jax reinkommt, dann einfach alles auf ihn innen fetzen, was es gibt. Was hast du? Auf Jax! Auf Dwayne, auf Dwayne! Du bist dauernd slow. Nein! Oh, das ist der Geil mit den Ghosties! Wir retten alles Ghosties von uns. Nein! Okay, Kassio, Kassio! Ich gehe auf Kassio! Stunt! Ah, flasht! Jax, Jax, Jungs! Auf Jax hauen! 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 Ja, hallo! Ja, ich gehe auf Jax hauen! Ja, ich gehe auf Jax hauen! Und jetzt rennen! Barde! Mit oben kannst du einsammeln! Dann bist du schneller! Oh, du bist jetzt eh tot! Auf Jax hauen! Auf Jax hauen! Schafft es mit dir zu laufen? Fuck, ich glaube nächstes Mal müssen wir auch P-Scheiss picken! Ja, machen wir das! Also machen wir so, alle nehmen A-O-E! Ich meine, alle nehmen so A-O-E-Utzen und so! Ja, combo combo! Ja! Oder alle nehmen Tanks! So, der ist allein! Tom killen! Alle Leute! Oder wo ist der Geist hingegangen? Er geht einfach mal dahinter! Ah! Alte! Rap-up OP! Lol, hä? Was hast du denn du für ein Jump gemacht gerade? Er wollte mich gerade fressen, aber ist er gestorben. So, jetzt lehnt ihr mir die Hot-Lane! Jetzt lehnt ihr mir da die hinteren Minions, weil ich brauche das Cash! Wir nicht! Es ist... Gahal ist gahal Simi! Du musst gar nicht anfangen abstreiten! Gar nicht gemacht! So! Nein! Top-Lane! So... Auch wahrscheinlich schon weg! Das muss verdammt frustrierend sein für den... Mit Kulti jetzt denn gerade... Weg, weg, Tali! Weg, weg! Sobald ich am Ende bin! Hast du gestunt? Das muss verdammt frustrierend für den sein! Einfach lauer sein! Geh rein, sonst! Cassio ist da! Ja! Das ist jetzt ein bisschen overkill! Er hat auch ein bisschen Stunt in Insta! Ich... sollte ich... Es ist... Für mich einfacher zuerst zu tun... Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich... Drake, Jungs! Drake! Äh... Wow! Okay! Die sind... Alter, der ist gespawnden! Die haben praktisch schon da gewartet! Blue! Für den Ding! Schnell! Der wäre! Für mich! Wow! Wir brauchen jetzt! Oh verdammt! Ja! Der Jack ist da! Ja! Aber er hat das Rage-Black aktiv! Angst! Nice item! Äh... Nice Z-Zero! Irgendjemand muss ihn hin, wie beschützt! Cassio zum Beispiel! Ja! Alle auf Cassio! Gost! Sehr schön! Und jetzt? Auf den Jacks! Auf den Jacks! Geh rein von hinten! Ghosts! Ghosts? Ja! Da vorne ist Ding! Da vorne ist Ding! Oh! Oh verdammt! Wayne Train! Ah! Scheiss! Tom Kent! Spannet der Scheiss! Jetzt! Was? Schon vier? Scheiss! So! Baron! Ja! Baron machen! Baron machen! Fuss zu lassen! Ja! Aber wir haben den Simon! Ah! Wir haben den Tank! Ein sehr schöner First-Zug! Ja! Ja! Ah! Äh! Achtung! Du heilst mich! Heile mich bitte! Danke! Ich bin eigentlich so schlecht im Smiten! Ich komme immer Panik vorher! Du bist richtig schlimm! Und nachher versinnst du sowieso! Sehr schön Mädels! Ja! Die bringen mich immer so schnell runter! Jetzt noch Sour-Mehl! Alter wie man mit so Troll-Scheisse gegen so Hardcore-Scheisse einfach gleich ebenwürdig sind! Weg 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 weg! Dem sagt man Skill! Ja! Die haben einfach die Kraft der Freundschaft! Das war ein War! Das war mal ein War! Ah! Okay! Das habe ich aber auch sehr lange nicht gewusst! Ocasio bot! Nein! Seht ihr die Mitte? Ui! Loll! Gehen wir bot! Er hat jetzt einen TP, der reinkommt! Wir können da! Mit Zegel lassen! Der zweite! Ich werde den Pferd versuchen! Dann kann ich da! Geist! Geist! Dann geht der Wex! Auf! Cassio ist immer noch Bot! Was?! Was?! Er kommt der Tarm! Würde ich sagen! Der Tarm! Ich siss ihn! Oh fuck! Er ist da unten! Das ist gut! Nice! Mitty! 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 Wir haben super Minions auch! Die ultrakrasse, powered, geile Minions! Alter, den haben wir jetzt! Alter! Warte! Dings macht zu viel Damage! One hit, Alter! Ich habe nicht mal Damage gemacht! Durch dich und Dings haben Damage gemacht! Wir sagen! Ich habe Angst, dass die von hinten kommen! Da sollen sie! Mhm! Okay! Auf Ding! Auf Ding! Nein! Danke! Auf Ding! Dwayne! Auf Dwayne! Red trinket! Red trinket! Sehr schön! Wollte der Tf! Schade! Das können wir nicht machen! So! Wir sparen den Mädels! Ja! Wir können gewinnen! Alter! Wie krass! Wir drücken dann noch das Easy rein! Ist das gut? Ja! Würde ich schon sagen! Also Nils muss sagen, wenn wir es machen! Easy! Schon beginnt! Okay nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Okay! Einfach beenden! Dann einfach beenden Mädels! Einfach beenden! Einfach beenden! Easy! Ja! Ja! Alter! Ich bin so dreckig! Ich sie gegen den Schluss! Mann! Ich kann so viel!